Hallo ihr Lieben, wir haben mal wieder fleißig Kerzen aufgebraucht. Dafür, dass es jetzt zu warm war, eigentlich total uner... Also hätte ich nicht gedacht, machen wir es mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Sommer so viele Kerzen aufbrauchen. Aber zwei große Gläser sind leer, ein kleines und noch allerhand Kleinkram. Was übrigens dazu geführt hat, dass ich Kerzen nachbestellt habe. So, das heißt jetzt im Juni bekommt ihr sogar mal zwei Kerzenvideos von mir. Dann nehme ich das Aufgebraucht-Video und dann die fetzigen, bestellten Kerzen. Das drehe ich auch jetzt schon ab, sie stehen nämlich neben mir. Die letzte kam heute an und da kann ich jetzt endlich mal durchschnuppern, wie unsere neuen Schätze eigentlich riechen. So, aber erstmal der erste, den ich alle gemacht habe. Mein absoluter Liebling, den ich übrigens nicht nachbestellt habe, nämlich Berry Jam. Habe ich das Glas auch schon sauber gemacht. Und hier drin habe ich sozusagen noch das, was unten übrig geblieben ist. Die Kerze gilt damit trotzdem für mich als aufgebraucht. Ganz einfach, bei Vanillaleim habe ich es noch nicht rausgeholt. So, aber ja, ich wollte unbedingt das Glas sauber machen. Und ja, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Ich freue mich auch, dass ich das als Tarte an den Links noch benutzen kann. Zeige ich euch dann aber nicht nochmal in der Medien. Also wie gesagt, für mich ist sie jetzt aufgebraucht. Und Berry Jam habe ich bis jetzt immer nur gefunden für diesen ursprünglichen Preis. Also für die 29,90 Euro. Den gab es irgendwie noch nie vergünstigt. Und auch bei Duft und Raum gibt es den, glaube ich, gar nicht. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt das, was ich euch gleich zeige. Da habe ich nämlich die 15 Prozent, also nicht gleich, was ich euch gleich abdrehe, die 15 Prozent von der Putty benutzt. Und da hätte ich nämlich sagen können, okay, 15 Prozent bei 29,90 Euro, das ist noch okay. Aber es gibt ihn einfach nicht. Und das riecht so gut. Es ist wirklich ein wunderbarer, bäriger Sommerduch. Wobei ich den nicht nur im Sommer anhatte. Ich habe den, glaube ich, die letzten zwei oder drei Monate gar nicht angehabt. Weil ich wusste, ich habe nur noch so ein bisschen drin. Und das ist eigentlich nur noch so für einen Tag reicht oder für anderthalb Tage. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich hatte länger überlegt, warum der besser riecht als der, ich habe auch den Berry Trifle. Hier sind, glaube ich, mehr Erdbeeren drin. Also ich muss sagen, ich stehe immer mehr auf Erdbeerdüfte. Und ich denke, diese Johannisbeeren, Himbeeren und Erdbeeren, die sind auf jeden Fall drin. Die Mischung ist perfekt und ich glaube, die Erdbeernote, die ist hier mit am stärksten. Also wirklich ein absoluter Lieblingsduft. Und sobald ich den mal irgendwo vergünstigt kriege, zur Not muss ich dann halt wirklich mal den 29,90 ausgeben. Ich versuche das ja immer zu vermeiden, weil die Kerzen so teuer sind. Aber Gott, den liebe ich echt abgöttisch. Und hier habe ich ja zum Glück noch ein bisschen was. So, der zweite Duft, bei dem wir etwas glücklich sind, dass der alle ist, nämlich Vanilla Lime. Einer der ersten Düfte, die ich mir bei Amazon bestellt habe. Ich glaube, der allererste war dieser Chocolate Cappuccino Truffle. Der ist auch bald alle. Also den seht ihr bestimmt im nächsten Video. Und Vanilla Lime habe ich mir damals nur auf gut Glück bestellt. Und dachte mir, naja, aber für 17 Euro oder so dachte ich mir, naja, zur Not kann man dann verschenken, wenn er einem gar nicht gefällt. Und wenn er einem gefällt, dann hat man halt wirklich ein Drittel gespart. So, ja, ich kann ihn nicht mehr, ich kann ihn leider nicht mehr riechen. Am Anfang fand ich den so gut, da war das die Überraschung für mich schlechthin, dass man wirklich diese Limette hat und so ein bisschen süß, wie man das hier sieht. Also wie gezuckerte Limette oder wie, ja, eine Limette mit einer Zuckercreme. Aber der ging, die letzten paar Male, die wir den anhatten, und ich glaube, das habe ich jetzt auch über mehrere Monate gestreckt, weil ich ja versuche, die so ein bisschen gleichzeitig alle zu machen. Der ging uns am Ende furchtlich auf die Ketten, muss ich leider sagen. Kann ich aber weder eine Empfehlung noch eine Entfehlung geben, weil er mich, wie gesagt, am Anfang positiv überrascht hatte. Ja, aber ich denke mal, wer so ein bisschen auf zuckrige Limettendüfte steht, so ein bisschen in Richtung Mojito, wobei da fehlt vielleicht die Minze. Ja, dass er da rumstört, das stört, fehlt, das stört nicht weiter, aber ja, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also wer solche Düfte mögt, mag, ist das bestimmt ein cooler Duft. Bei mir ist das irgendwie, hat sich geändert. Wir haben jetzt noch zwei Tarts da, mal gucken, wie und wann wir die alle machen. Aber vielleicht wird da mal auch einer noch verschenkt. So, und dann das Glas, das hatte ich euch, glaube ich, zum Neuzugänge-Video gezeigt. Das hatte ich meinen Freund bei Thalia gekauft, Warm Desert Wind. Und den hatte Paddy damals in die Kamera gehalten, das ist ja einer der Sommerdüfte. Und da hatte ich gesagt, Brief und Siegel, der gefällt mir nicht. Ja, da ist wieder irgendwas, sowas wie Zedernholz, Amber, irgendwie sowas drin, wo ich dachte, ne. So, Pachuli ist drin, das stört mich eher weniger. Aber das, was sie so vorgestellt hatte und was sie riecht, dachte ich mir, nie und nimmer. Und da hat er das kleine Glas gekauft, das kostet ja, glaube ich, 11,95 Euro, aber gesagt, naja, vielleicht riecht das dann doch nicht gut. Und der hat uns beide super überzeugt. Also ja, der riecht halt so ein bisschen parfümig, wie ich es eigentlich nicht mag. Aber diese Pachuli-Note und dann ist da noch irgendwas Rauchiges, wobei Pachuli auch schon rauchig ist, aber so Richtung Weihrauch oder so. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, was drin sein müsste und ich kann mir das halt immer nicht merken. Und ich habe nicht so eine gute Nase, ist ja wie die Paddy. Das muss man immer noch dazu sagen. Aber und irgendwie noch so ein kleiner, süßer Nachgang. Also vielleicht wirklich, als ob man hier in der Wüste ist, wo es heiß ist und wo es auch so ein bisschen nach, da ist man vielleicht bei einem Feuer, keine Ahnung, so im Beduindorf und hat dann noch ein bisschen Rauchentwicklung und trinkt dazu vielleicht einen gesüßten schwarzen Kaffee oder so. Also es ist irgendwie so eine ganz angenehme Note, die ich nie und nimmer erwartet hätte. Deswegen, jetzt sind wir wieder bei dem Video, was ich gleich noch für euch abdrehe. Das seht ihr dann auch, ich denke ein, zwei Wochen nach diesem Video. Wir haben uns auch das große Glas gekauft. Ich glaube, das ist der einzige Spoiler, den ich euch gebe zu dem Paket. So, dann wieder der Größe nach. Ich habe eine Motivkerze alle gemacht, nämlich Cranberry Twist. Ich stehe auf Cranberry Düfte. Wobei Cranberry Ice mag ich eher weniger. Aber der Cranberry Twist, der hatte mich sehr überzeugt. Da hatte ich zwei Motivkerzen. Ich hatte ja dieses Halloween Set bestellt und da waren zwei dabei und zwei Gläser und da hat noch solche, solche Glashalter aus Spinnweben mit Spinn dran. Da ist alles sehr niedlich. Freue ich mich auch schon drauf, weil es wieder Oktober ist. Ja, ein sehr, sehr purer Cranberry Duft. Der riecht nicht. Da gibt es noch einen anderen. Der ist ein bisschen bitterer. Also wenn man auch selbst Cranberry Soße macht oder das Gelee, das hat ja so ein bisschen was. Das ist ein bisschen sauer. Es ist ein bisschen bitter herb. Aber wenn man dann Zucker dran macht, dann wird das so eine, ja so eine Gesamtkomponente. Und so riecht der eigentlich nur nicht ganz so bitter. Der andere, ich weiß jetzt gerade echt nicht welcher, aus der Cranberry Twist? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall, der ist ein bisschen bitterer. Und der hier ist ein bisschen eine Idee fruchtiger. Auch ein wunderschönes Label. War glaube ich mein letzter, wenn ich mich nicht irre. So, dann habe ich noch, das hatte ich euch im letzten Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Ich habe tatsächlich die letzten vier Teelichter alle gemacht. So sehen die aus. Und da hatte ich, ja das letzte Mal mich auch schon ein bisschen beschwert. Tropical Jungle, der hat mich ja, ja, hat mich ja sehr überzeugt. Ähm, da hatte ich mir von Anfang an schon gedacht, dass das einer der Sommerdüfte ist, der mir gefallen wird. Allerdings, ähm, hatte dann glaube ich auch die Patti gesagt, dass der sehr stark ist und so eine richtig fette Fruchtbombe. Und ich kriege ja von einigen Düften Kopfschmerzen, da war ich schon so ein bisschen skeptisch. Aber der hat sowohl beim Tarte als auch bei dem Geruch vom Geruch her überzeugt. So, und ich wollte schon immer mal diese Teelichter ausprobieren. Ich weiß, Patti hat sie und ich glaube, da linke auch, wenn ich mich nicht irre. Immer mal solche Teelichter. Und ich hatte immer gehört, naja, die sind nicht so stark. Man muss schon mehrere anmachen. Und da ich aber auch sowieso nicht so starke Düfte brauche. Also auch bei den Tarts von Yankee Candle mache ich immer meistens nur ein Viertel rein, weil das reicht für mich schon. Oder bei den Nuggets, wenn die Patti da manchmal sagt, ja, ich habe zwei, drei Nuggets reingemacht, damit ich was rieche in der ganzen Wohnung. Da denke ich mir, Hilfe! Ja, manche Düfte sind so stark, da reicht mir schon ein so ein Nugget. Und, ähm, ja, ich kann zwar diese Düfte nicht gut identifizieren, aber sie steigen mir halt trotzdem in den Kopf. Und, ja, aber diese Teelichter, ich hatte vier an und sie haben gerade so gereicht, um so einen schwachen Duft in meinem Arbeitszimmer auszumachen. Und ich glaube, mein Arbeitszimmer hat zehn Quadratmeter oder so. Ne, also muss ich sagen, Teelichter kaufe ich mir nie wieder, ansonsten ist der Duft wirklich schön. So, dann einer unserer Lieblinge ist leer geworden. Im letzten Video habe ich euch da das Glas gezeigt und ich hatte hier noch diese Nuggets von Goose Creek. Der Berry Jam. Und so riecht er auch. Ne, Strawberry, da muss ich ja dazu sagen. Strawberry. Es riecht wie pure Erdbeeren. Also man muss da nicht mal, also vielleicht kann man hier noch Zucker unterstellen. Braucht man aber nicht. Also es riecht, als ob ich frische Erdbeeren geerntet hätte. Und dann nehme ich mir so einen Pürierstab, pürier die und futter das dann vielleicht mit Joghurt oder so. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber es riecht einfach wie frisch pürierte Erdbeeren. Der ist so unfassbar gut. Also neben dem Berry Jam, einer meiner absoluten Lieblingsdufter. Also so und ich glaube von den Strawberries habe ich jetzt auch nichts mehr. Ich dachte ich hatte noch eins da, aber das war von dem Bananenduft, von dem Bananapudding. Und jetzt, naja, ich habe mir Erdbeerdüfte gekauft. So, zweiter Score. So, wieder der Größe noch. Ich habe einige Düfte. Ich glaube die meisten Düfte, die ich euch jetzt zeige. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Waren in dem tollen Paket, das ich damals von der Linker zugeschickt bekommen habe. Und ich muss ja jetzt auch endlich mal das Paket fertig machen. Das schon seit sehr langer Zeit auf sie wartet. Aber irgendwie habe ich nie eine ruhige Minute. Ich muss mir die jetzt endlich mal nehmen, weil ich habe auch ein paar schöne Düfte, die denke ich mal sehr gut zu ihr passen. Und sie hatte mir ja glaube ich ein Paket mit 30 Düften zugeschickt. Das war der absolute Wahnsinn. Und da war unter anderem, nein, der ausgerechnet die, ich glaube Cool Raindrops. Hatten wir uns den nicht selbst gekauft? Oder war der auch von Darlinka? Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte mir ja auch zwei solche Männerdüfte. Ich glaube das kann sogar mein eigenes sein. Ist nicht so wild. Und der rochte am Anfang sehr gut. Ich glaube den haben wir uns bestellt, weil wir von ihr einen hatten. Ist ja. So. Der riecht tatsächlich wie Männerdusche. Also so kalt geschnuppert. Echt schön. Aber als wir den an hatten, also wir haben den hier nicht in diesem Daylight angehabt. Oder ich glaube den hatten wir am Anfang im Daylight an. Und dann war der überhaupt nicht stark. Und dementsprechend habe ich dann wieder mit dem Messer zerschnippelt den Docht rausgenommen. Und da haben wir das in die Duftlampe getan. Da hat man ja eine wesentlich größere Fläche, damit sich das Wachs verbreiten kann. Und der hatte irgendeine Unternote. Also der hat uns beiden nicht gefallen. Da waren wir froh, dass der leer ist. Und ich glaube den hatte ich mir selbst gekauft von Goose Creek. Jetzt kommen aber wirklich ihre Düfte. Und zwar, das eine war der Autumn Rain, den ich von Darlinka bekommen habe. Und das war ein Favorit von uns beiden. Ich habe keine Ahnung, wie ich den beschreiben soll. Was Grasiges. Ein bisschen eine Minznote. Ja, schon vielleicht wirklich als ob man nach dem Regen in den Wald gegangen ist. Aber es hat auch irgendeine Unternote, die man nicht auf dem Waldspaziergang riecht. Aber ich kann es euch partout nicht sagen. War auf jeden Fall ein schöner Duft. Und ich glaube, das ist einer der Düfte. Wir hatten noch ein paar andere, die dann dafür gesorgt haben, dass ich mir dann solche Rain-Düfte im Nachgang bestellt hatte. Ich glaube, in der Reihenfolge war das. So, dann ein Duft, der mich überrascht hat. Der ist auch von ihr, nämlich Black Rosemary. Und von Fancy Soaps. Ja. Und das war ja hier so ein kleiner... Ein kleiner Cupcake. Marshmallow Cupcake. Cake Macaron. Das war ein Torte-Dings. Also, es sah öh, jetzt fetzig aus. Und das ist ein bisschen eine süße Himbeere. Mit ein bisschen süßer Blaubeere gewesen. Steht auch Black Raspberry da. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich... Black Raspberry ist doch ja die... Nicht die Himbeere, sondern die... Blackberry. Ne, Black Raspberry ist nicht Blackberry. Ich bin raus. Ich bin einfach raus. Auf jeden Fall riecht... Riecht es nach... Brombeere. So, ich bin aber nicht der Meinung, dass es nach Brombeere ist. Glaube ich, Black Raspberry. So. Ich glaube nicht, dass... Na doch, doch. Hm. Wenn es auf der Zunge liegt, es könnte auch Brombeere sein. So, auf jeden Fall dachte ich mir, mein Freund wird mich dafür hassen. Und im Endeffekt, ich habe das, glaube ich, geteilt. Ich hatte den zweimal an. Jeweils mit zwei Duftkerzen. Also eigentlich viermal. Also mit jeweils zwei Teelichtern. Und der hat mir so... Oh, was ist das? Was ist das? Im Endeffekt hatte ich den immer nur hier in seinem Arbeitszimmer, beziehungsweise meiner ehemaligen Bibliothek. Der hat den gefeiert ohne Ende. Und ich dachte mir, Mensch, das ist ein süßer Fruchtduft. Ja, wie kann das sein? Der war so pink-lila. Hm. Also ich fand den auch gut. Ah, der hat den gefeiert ohne Ende. So, ein etwas ähnlicher Duft, der zeitgleich dann im Bad an war von Sweet Mamsel White By Remy Mousse. Ich dachte, das hat ganz gut zusammengepasst. Und der hat auch ähnlich gerochen, nur weniger süß. Also wirklich ein bisschen musiger. Hm. Und ein bisschen... ein bisschen ins Vanillige. Also quasi ein vanilliger Bärenmus. War auch sehr angenehm. Und die zwei haben sich ganz, ganz wunderbar vertragen. So, noch zwei Düfte von der lieben Darlinke, nämlich von Heart & Home, Kukustraum. Den hatten wir im Bad an. Das war ganz... ganz zauberhaft, wollte ich schon sagen, als es hier so heiß war. Da passen diese Kokosdüfte echt perfekt. Ja, und das war ein ganz, ganz sanfter, unauffälliger, nee, nicht unauffällig, unaufdringlich, das ist das Wort. Unaufdringlicher Kokosduft. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss sie dann mal noch fragen, wo sie überhaupt diese Heart & Home Kerzen hier hat. Hab ich noch nie gesehen. Weil das wäre ein Nachkauf von dem Kandidat. Und ich glaube, der nächste, den habe ich hier noch Zettel beigefügt. Der liegt nämlich schon sehr lange bei uns auf Eis. Genau, der ist auch von Heart & Home. Wellness für die Seele. Und da hatte ich nämlich noch... Ich habe die gefeiert, also ich hatte hier dann immer ein Viertel an. Und der hat uns so gut gefallen, dass ich das allerletzte Viertel aufgehoben hatte. So groß ist das dann. Und ich hatte aber damals, als wir den extrem viel noch gedüftet hatten, mir ein Zettelchen gemacht. Angenehm frischer Bartduft. Riecht lecker nach einer blumigen Mischung aus... Ne, nach einer Mischung aus blumigem Weichspüler und herben Männerduschgel. Und... Ach, der duftet hier... Der duftet hier hoch, kann ich nur bestätigen. Blumiges, blumiges... Blumiger Weichspüler und Männerduschgel. Der war echt auch unfassbar gut. Da hatte ich lange, lange überlegt, wann ich sozusagen das letzte Viertel anmache. Aber ich glaube, vor zwei Tagen... Vor zwei Tagen habe ich ihn dann geopfert. Und ich hatte auch zweimal ein Teelicht drunter. Also sechs Stunden Teelicht. Das heißt, das letzte Viertel brannte auch zwölf Stunden. Finde ich sehr schade, dass der alle ist. Also diese zwei Hard-and-Home-Düfte, die waren echt super gut. So. Und... Der letzte Rest, den ich noch habe, sind drei Yankee Candle Tarts, die ja bei mir immer in solche... in solche Dinger kommen. Also ein Tart passt tatsächlich ja nicht rein. Aber wenn man es erstmal halbiert hat, passt hier eine Hälfte unten vor der Suppe rein. Ich hatte zum einen Macintosh. Den hatte ich mir, glaube ich, mal bei Yankee als Rare Treasure Duft mitgenommen. Und... Ja, der war jetzt nichts Besonderes. Also es war ein Apfelduft, aber eher so ein... Ja, ein süßer, roter Apfel. Und... Ich mag generell Apfel-Düfte, habe aber wieder festgestellt, ich bin eher ein Liebhaber von dem... von dem grünen Apfel, beziehungsweise dieser... Halloween-Duft. Wie heißt der denn? Poison Apple? Ne, Forbidden Apple heißt der, glaube ich. Da hatte ich ja auch mal das größte Glas, was die Halloween-Düfte haben, ist ja der mittlere Jar. Und... Ja, liebe ich mehr. Aber wer so ein bisschen süße, süße, rote Apfel mag, da kann ich das nur empfehlen. Dann hatte ich auch passend zur Sommerzeit, also die Erdbeer-Düfte, die Erdbeer-Berendüfte, die häufen sich enorm. Und zwar habe ich alle gemacht, Strawberry Buttercream. Viele mögen ihn eher nicht, weil er so ein bisschen was nach verbrannten Zucker hat. Und so ist es tatsächlich. Also der riecht weniger nach frischem Erdbeer-Püree, sondern wirklich nach stark gezuckerter Erdbeere, beziehungsweise nach Buttercream. Also eine fette, gezuckerte, schwere Vanille-Buttercreme mit Erdbeeren. Ja. Und der war okay. Aber ich glaube, nachkaufen werde ich ihn mir demnächst nicht. Also wenn Erdbeer-Düfte, davon abgesehen, dass ich mir jetzt welche gekauft habe und ich noch nicht weiß, wie sie riechen, aber wenn Erdbeer-Düfte, bin ich nach wie vor ein großer Fan von diesem Strawberry Jam von Goose Creek. Und ja, da ist der jetzt nicht unbedingt überzeugend, aber kann man im Sommer durchaus anhaben. So. Und der letzte, da habe ich auch das letzte Viertel lange, lange liegen lassen, bevor ich es alle gemacht habe. Ich glaube, deswegen sind jetzt innerhalb von einem Monat so viele Kerzen zusammengekommen, weil ich immer mal hier und da was getestet hatte und besonders die guten, da habe ich immer gedacht, doch, ne, hebt den mal noch auf, wenn er alle ist, ist er alle. Und dabei war auch Seasalt in Sage. Den hatten wir immer im Bad an, immer in Viertel. Das war ein bombastischer Duft. Und der hat richtig gut gerochen. Ja. Ähm, ja, Männerduschgel. Und vielleicht ein bisschen mehr. Also dieses Seasalt, das könnte man vielleicht, vielleicht unterstellen. Und ansonsten, Sage ist ja, glaube ich, Salbei. Ähm, ja, es riecht für mich an erster Stelle nicht nach Salbei, sondern wirklich nach einem schönen Männerduschgel, aber einem richtig guten. Also Seasalt in Sage zieht definitiv noch mal bei uns ein. Ich weiß aber noch nicht, ob als Tarte oder als vielleicht mal großes Glas. Demgegst erstmal nicht. Ich habe, ja, ich habe Gläser gekauft. So. Aber wie gesagt, für einen Monat, ähm, na, also ich schreibe mir immer nicht auf, wann habe ich das erste sozusagen und das letzte und das ist ja sowieso immer so ein gängiger, ein gängiger Prozess, dass wir Sachen aufbrauchen. Aber, ja, ich sammle das immer hier in diesem braunen Ding von Ikea und innerhalb von einem Monat haben wir wirklich viel weggebuttert und, ja, mit viel Freude. Also, ja, ich hatte es ja bei dem letzten Aufgebraucht-Video erzählt, so um Februar, März, April rum, ging es uns beiden nicht so gut und dann haben wir beide nicht so ultra viel. Wir hatten eigentlich nie so richtig Lust auf Düfte und, ja, ist eigentlich schön, ne, wenn man morgens aufsteht und frei hat und sagt, okay, jetzt können wir uns erstmal hier einen Duft noch im Bad und im Arbeitszimmer anmachen oder wenn man nach Hause kommt, ach Mensch, ich brauche jetzt irgendwas Fruchtiges oder was äh, buttrig Süßes und ich denke mal, das ist wichtig, dass man daran Spaß hat und dass man sich das Leben ein bisschen schön machen kann und das dann auch zu schätzen weiß. Ja, und daher ist schön, dass man ein paar tolle Düfte leer gemacht hat, es ist schön, dass man ein paar Düfte leer gemacht hat, die man nicht so mag, aber die kann man halt aussortieren, ne, anders, anders lernt man ja auch nicht, was so die eigenen Lieblingsdüfte sind und ich möchte ja irgendwann mal dorthin kommen, wo ich nicht mehr random alles mögliche ausprobiere, sondern wo ich sagen kann, okay, das, was ich wirklich liebe, das habe ich zu Hause und das kann ich mir dann auch anmachen, ne, aber solange ich noch so ein bisschen in der Probierphase bin, sind natürlich immer mal Düfte dabei, wo ich mir denke, hm, muss nicht unbedingt sein. So, äh, jetzt freue ich mich schon auf mein nächstes Video, denn die Düfte, die hier stehen, die kenne ich noch nicht und ich möchte es jetzt unbedingt auspacken, ihr werdet es in spätestens zwei Wochen erfahren und ich würde sagen, bis dahin, Tschüss! Tschüss!